Moin Leute, was geht? Willkommen zur heutigen Episode. Eventuell habt ihr mich ja im gestrigen Labstream von Dan und Brox gesehen. Da habe ich in dem Game auf jeden Fall schon mies reingeschissen. Deswegen dachte ich mir, heute eine Aufnahme, let's go! Wow, wow, ey, ich musste hier gerade noch was verschieben. Okay, ey! Also, wer das Game noch nicht verstanden hat, es ist eigentlich nichts anderes als Kateshys Castle. Ihr seht oben rechts, wie viele Leute qualifiziert sind, also im Ziel sind. Da vorne ist das Ziel. 38, ich könnte es schaffen. Jetzt geh runter. Oh, Baby! So, neue Runde, neues Glück. Wer kennt es nicht, Kateshys Castle, das mit diesen richtigen Türen. Lass mich hier rein! Ja, ich spawn hier schon wieder vorletzte Reihe. Oh, yeah! Weil die alle nicht beliefen. Ja, Baby! Ey! Lass mich vorbei! Die ganz außen, die geht broke. Lass mich vorbei! Oh, what? Ja, das war gut, das war gut! Ey! Die blocken mich hier alle! Los! Hier! An hier! Das ist das Ziel, oder? Ja! Oh, Baby, yes! Sieht gut aus! Sieht gut aus, schaffen wir, schaffen wir! Nächste Runde, neues Glück, 41 Leute noch. Ein Parcours, der Kreisel, nein! Boah, bei der Map habe ich es gestern nicht ein einziges Mal geschafft. Und ich habe die bestimmt 30 oder 40 Mal gespielt. So, lass mich vorbei! Looks good, looks good! Und raus hier! Raus hier! Ja! Gut für uns, gut für uns, gut für uns! Wir sind wie wir im Gut! Lass mich doch hoch! Wie hoch? 30 qualifiziert, wie viele sind vor mir? 30 sind das 30? Da ist wieder einer raus! Oh! War das knapp! So, die Leute laufen alle außen rum, weil die Angst haben, aber man muss hier eigentlich... Ah, mein Sack! Ah, ja! Nein! Ui, aber gut! Das ist schon Final, Final! Nein! Los! 18 qualifiziert! Okay, wir müssen chillen, wir müssen chillen. Boah, das war... Nein! Wieso denn ich? Ey, das darf nicht wahr sein! Das darf doch nicht wahr sein! Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwer das ist. Oh, aber ich schaff's! Höh! Höh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nächste Runde! Okay, sorge dafür, dass du einen Schweif hast, wenn die Zeit abläuft. Hab ich gestern auch schon gespielt? Also, das ist so wie Ticker sozusagen. Wer hat hier einen? Der hinter mir hat einen, den hole ich mir direkt. Moin! Los! Ey, da oben steht einer auf K! Wieso habe ich den jetzt nicht? Ja! Ja, war gut, war gut! Einfach chillen! Nicht mehr chillen! Nicht mehr chillen! Nein! Ich weiß nicht, wer das Ding hat! Wer hat den Schwanz? Ah, hier! Dr. Pelikan! Ja! So ein Ding ist das, Dr. Pelikan! Lauft! 36 Sekunden! Eigentlich reicht es, wenn ich so 10 Sekunden vorher einem Typen das Ding abziehen kann. Acht Sekunden! Acht Sekunden! Acht Sekunden! 14 Leute übrig! Meide falsche Felder und finde verborgene Pfade. Okay! Nein! Ihr falschen 50er! Einfach die anderen machen lassen. Oh! Ey! Ja! Los! Dem muss ich doch wohl einer trauen! Oh mein Gott! Los! Nein! Ich war so kurz davor! Ey, der Mann sah auch einfach nicht, dass man da springen muss! Aber läuft gut! Läuft gut! Gestern habe ich bestimmt 60, 70 Runden gespielt und habe nicht mal die Qualifikation, also die erste Runde geschafft. Überwinde die Hindernisse und renne zur Ziellinie. Ja, die Map kenne ich auch. Geht klar, geht klar. Ja! Oh ja! Oh nein! Ach, schaffe ich aber. 20 sind nicht... Nein! Gönn doch! Oh! Geschafft! Das erste Team, das komplett verhext ist, scheidet aus. Okay. Wahrscheinlich auch so ein Ticker? Ah, okay. Da oben links seht ihr den blauen. Das ist eine Hexe. Und der muss uns, glaube ich, so ticken. Und dann sind wir wahrscheinlich verhext. Okay, wir sind in der Führung. Mit einer Person. Hier hinter verstecken. Hier hinter verstecken. Wo ist die Hexe? Ey, ich muss aber sagen, mit Controller, mega nice. Generell das Game, mega nice. Oh, shit! Oh, die hat mich nicht gesehen hier. Warte, die sieht mich da oben? Ah, ist schon risky. Ist schon risky, was ich auch. Ey! Hä, jetzt bin ich auf einmal raus. Okay, jetzt heißt es blaue infizieren. Und wie? Noch sechs blaue. Die gelben, die goldenen müssen laufen. Los! Noch zwei blaue, das schaffen wir. Hier vorne. Ja, ein blauer noch. Wo? Wo ist der? Als wenn, das so knapp wird. Wo ist der? Ja! Geschafft! Als nächstes Fall. Springe und Hechte durch Reifen und Punkte für dein Team zu erzielen. Alright, machen wir easy. Das ist ja easy. Gönn, Jamin! Gönn doch! Ja, Bruder, er carried uns. Er carried uns. Hau ab! Schwein! Ey, das kann doch nicht sein. Ich drück doch da. Bruder, komm, wir beide! Wir beide! Los, bevor der blaue f*** kommt! Er hat's nicht. Ja! Broody! Sehr gut. Ja, okay, ich bin nicht so der Beste, aber ich versuch hier mein Glück. Nice, eins, zwei. Oh, wichtig gewesen, wichtig gewesen. Drei Sekunden, wir sind abführend! Ja, Baby, nein! Das kann doch nicht sein, wie geil! Ach, nein! Ach, nein! Der Bro ist ganz weit vorne. Los, such dir was aus! Wow! Wow! Oh! Nein! Wie spring ich? Wie mach ich diesen Hechtsprung? Hier, hier. Nein! Gönn doch! Du bist so ein... Ich schaff's nicht. Wir kennen das Game. Ja, ich bin ganz gut gespawnt. Oh, ich bin der Erste! Nein! 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 Die Leute belieben nicht! Oh, das hat uns richtig rausgekickt! Spring! Spring! Oh, war das knapp! Oh, könnte ich schaffen! Knapp gewesen, aber geschafft! Der Burger hat's nicht geschafft! Machbar! Machbar! Okay, let's go! Runter, runter, runter! Hoch, hoch, hoch! Das wird nichts! Ey! Wendy, test der Burger! Ja, belieben, Jungs! Belieben! Boah, läuft gut! Läuft saugut! Läuft nichts! Nein! Wendy, test der Burger! Ja! Oh, war gut, war gut! Nein! Hä? Ja, Baby! Wow! Wow! Oh! Wow! 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 Und da, was hier ist! Buh! Nein! Okay, let's go! Ist grad offen das Loch! Ja, sieht gut aus, sieht gut aus für uns! Ja, ich bin heute so am sweaten, ich weiß auch nicht, wieso! Oh, wir gucken ihm zu! Okay! Ja, easy, easy, hast dich durchgeglitscht! Ja, Bro! Oh, pass auf, der hält dich fest! Los! Los! Bro, los! Er hat's nicht geschafft! Okay, Memory! Wir kriegen immer ein Symbol angezeigt! So, jetzt seht ihr hier auf dem Boden, das sind so Symbole, Melone, Banane, Melone, Banane, was haben wir denn noch? Nur Melonen, Melonen, Bananen, okay! Jetzt kriegen wir da gleich ein Symbol, und dann müssen wir halt entweder auf Melonen oder Banane. Also, wer das nicht hinkriegt... Ey, hör auf, mich hier runter zu schützen! Banane! Nein! Ich bin so dumm! Ich bin so dumm! Ich war einfach zu dumm! Ey, ich hab so viel gequatscht! Na gut! Freunde, das soll's gewesen sein für heute! Wenn ihr nochmal so eine Folge sehen wollt, mir hat's mega Bock gemacht, haut auf den Like-Button, auf den Abo-Button! Wir sehen uns die Tage, bis dahin und ciao!